Hey, hau! Hier ist Ronja und ihr kennt ja bestimmt diese Most Oddly Satisfying Food Frag Mich Was Compilations. Diese Most Satisfying Dies, Most Satisfying Das. Keine Ahnung, ähm, das sieht man überall, okay? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich guck's mir auch ganz ehrlich an. Also, es gibt da auch, keine Ahnung, richtige Rubriken auf Snapchat für Oddly Satisfying. Ich weiß nicht, was es ist. Auf einmal hat das ganze Internet gesagt, ja, das lieben wir. Es ist der größte Trend, den wir jemals sehen wollen. Lass uns uns überall hinpushen. Und jetzt konntest du dem Ganzen einfach nicht mehr aus dem Weg gehen. Es geht nicht mehr. Deswegen gucken wir uns heute Satisfying Food und irgendwas an. Also, Most Oddly Satisfying Food, wie auch immer der komplette Titel lautet. Aber, ähm, ja, also im Endeffekt ist es Essen. Okay, als erstes haben wir dieses Eis, was... Achso, das ist ein Kekse. Ich dachte, das ist eine Kartoffel. Okay, ja. Okay, ja. Okay, ja. Okay, ja. Das sieht gut aus. Was ist das? Macadamia oder was ist das? Vanille? Okay, wir haben pinke Farbe in irgendwas Weißem. Irgendeiner Glasur. Ah, das soll Eis werden? Das soll so Bubble-Tea-Eis werden, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob Bubble-Tea immer noch ein Ding ist. Das war eine Zeit lang, war das voll die große Sache. Und alle Eltern haben gesagt, oh mein Gott, Kind, trink das nicht. Das ist voll gefährlich. Was ist, wenn du dich verschluckst? Und die Blasen oder Blubbles oder was auch immer das sind, äh, gehen direkt in deine Halsröhre und du erstickst einfach. Das war jedenfalls bei uns die Gefahr. Aber das sieht... Holy moly, sieht das hübsch aus. Okay. Ich konnte jetzt nicht gut identifizieren, was es ist, aber... Es ist einfach ein Rieseneis, was hier gemacht wird. Es ist einfach ein Rieseneis, was hier gemacht wird. What? Holy... Das ist ein Milchshake da drunter gewesen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Das könnte ich niemals essen. Das könnte ich niemals, könnte ich das essen. Da würde mir schlecht von werden. Okay. Was ich übrigens bemerkt habe, äh, was, was ich faszinierend finde, in diesen Oddly Satisfying Compilations, äh, wie zum Beispiel hier dieser Bagel da unten, das sind meistens so richtig schrille Farben, so Farben, die Essen normalerweise nicht hat. Weil Brot würde ja natürlich braun werden. Das ist einfach, es ist zu weiß, es ist zu bunt. Ich weiß nicht, ich finde persönlich, also, Sorry, wenn ich, wenn ich hier als Einzige so stehe, aber ich finde, das sieht nicht mehr lecker aus. Also, ich fände, wenn das jetzt ein normales Burgerbrötchen wäre, oder ein normaler Bagelfarbener Bagel, dann sähe das sehr viel besser aus. Ich meine, ich bin eh kein, äh, Fleischesser, aber ich nehme an, für Fleischesser ist das eine Sache von, äh, lecker. I, hä, bäh, warum würdest du, ähm, Zuckerstreusel und Marshmallows auf einem Burger haben wollen? Eww, von wegen Oddly Satisfying, das ist eklig. Das wiederum mag ich, das sind, oh mein Gott, die sind nice. Sowas kaufe ich mir mal. Ich kaufe mir mal so einen, so einen, so einen, so einen Müsli-Spender. Die sind nämlich cool. Das sind diese Bubble-Waffeln, glaube ich, heißen die oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland gibt, aber die habe ich schon mal gesehen und die sehen cool aus. Oh mein Gott, bei uns gab es früher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber bei uns gab es früher im Urlaub diese Maschinen, oder früher bei Ikea ging das auch, ich weiß nicht, ob das noch geht, wo du dir so dein Soft-Eis selber zapfen konntest und du hast da irgendwie 1,50 Cent bezahlt und danach hattest du halt so eine kleine Waffel und konntest das dann so viel machen, wie du wolltest. Und mein Bruder und ich haben versucht, das super, super hoch zu stacken, halt wer von uns das höher gekriegt hat, hat halt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Spiele, die Kinder spielen und ohne Mist. Ich habe damals gedacht, ich bin so ein Pro im Waffel-Soft-Eis-Befüllen, weil meins einmal relativ hoch geworden ist. Aber wahrscheinlich ist es mehr so eine Sache von, ich bin 10 und ich denke mir, das ist echt hoch und heute würde ich mir denken, ja, Ronja, gut, nice, tolle Arbeit. Aber die sind cool, ich mag die voll, ich wünsche das gäbe es öfter. Ich mag Soft-Eis, Soft-Eis ist so lecker. Soft-Eis ist leckerer als normales Eis, meiner Meinung nach. Also im Urlaub habe ich früher immer nur Soft-Eis gegessen und kein normales Eis. Außer, also ich meine, es gibt bestimmte Sorten bei normalem Eis, die besser schmecken als die Soft-Eis-Sorten, aber wenn es nur um so Vanille-Eis geht zum Beispiel, dann finde ich Soft-Eis echt lecker. Oh mein Gott. By the way, sorry, meine Katze heult im Hintergrund rum. Okay, das, nee, das ist einfach nur verkohlt. Ich war, ich mag keine Marshmallows super gerne, ew. Ich mag keine Marshmallows super gerne und irgendwie, also, ich weiß, es ist Leute, die grillen, aber es sieht aus, als wären sie einfach nur verbrannt. Ist das einfach riesiger Kuchen oder ist das nur sehr nah herangesoomt? Das wüsste ich gerne. Das ist eine Sache, die mich beschäftigt. Es ist... Raten Sie jetzt mit! Ah! Ich sag, es ist nur mal einfach herangesoomt. Okay, ja. Okay, ja. Okay, ja. Das, das sehe ich, das sehe ich. Da kann ich sagen, diese Schokostückchen sind so lecker. Das sind die Art von Schokostückchen, die meiner Meinung nach am besten schmecken, okay? Die gibt's in so Schokosplitkuchen. Gibt's die Art von Schokostückchen. Die sind so gut. Okay, das wird wieder so eine Bubblewaffel, okay? Das klappen die gleich zu und dann drehen sie es um oder... Sie zeigen es halt nicht, aber so geht's, okay? Ich hab das schon oft genug gesehen. Das ist nicht meine erste Oddly Satisfying Food Compilation, okay? Ich bin hier versiert im, äh, im Foodbereich. Ich weiß nicht genau, was er hier macht. Ich weiß, ich weiß halt nicht. Das Problem ist, es steht meistens nicht dabei, was sie da herstellen. Und du bist meistens auch konfus. Ich meine, das ist irgendeine Art von Eis, nehme ich. Also, ist jetzt die einzig logische Erklärung für mich. Aber das finde ich jetzt nicht so... Also, das... Nee. Nee. Das Banane. Ich bin auch großer Feind von Obst in meinem Essen. Also, ich mag Obst per se sehr gerne, aber ich mag Obst nicht in meinen Süßigkeiten. Weil wenn ich was Süßes essen will, dann will ich Schokolade. Oder Kekse. Aber kein Obst, weil Obst kann ich ja auch essen, wenn ich Obst essen will. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht aus wie dieses Schlumpfeis. Das ist wahrscheinlich... Irgendeine wilde Eissorte, die bestimmt Leute echt gerne mögen. Aber es sieht aus wie dieses Schlumpfeis. Ich glaub, das eine sind Oreos und das andere sind... Wahrscheinlich so Karamellsplitter? Ich weiß nicht, wie das schmecken soll. Vielleicht ist es... Was soll denn die hellblaue Farbe? Ihr ruiniert euch alles. Hört auf, Sachen bunt zu färben. Okay? Es ist... Ich weiß, Leute lieben das. Ja, alle sind immer so... Ja, wir machen Regenbogenfarbenen dies und Regenbogenfarbenen das. Ah, genau. Zum Beispiel sowas. Natürliche Farbe des Kuchens. Natürliche Farbe der Vanille-Buttercreme. Natürliche Farbe der Umrandung. Das sieht lecker aus. Ein bisschen Schokolade drüber. Zack. Meinetwegen noch Banane. Banane und Erdbeere sind die einzigen Obstsorten, die ich in Süßigkeiten oder halt so Desserts akzeptieren kann. Wisst ihr was? Ja, natürliche Farben. Bäm. Verkauft. Aber die Leute, die ihre Sachen einfach immer Regenbogenfarben färben müssen. Ja, Regenbogenfarben oder Knallgrün oder Lila oder Schwarz. Was soll das? Wer findet denn das sieht lecker aus? Ich finde nicht, das sieht lecker aus. Ich verstehe was nicht. Das sieht... Okay. Das ist dann halt wieder die Sache. Wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, würde ich das essen? Oder würde ich lieber einen richtig schönen Schokokeks essen? Dann würde ich den Schokokeks nehmen. Ich bin Team Schokolade, okay? Das wird schon wieder so eine Waffel. Aber das ist okay. Weil hier haben sie es nicht übertrieben mit dem Regenbogen. Es sieht noch natürlich aus. Sie haben nur ein paar von diesen Regenbogensplittern reingemacht. Gut. Das bunte Eis hätte jetzt nicht sein müssen. Die Zuckersplitter auch nicht unbedingt. Da hätte man dann... Keine Ahnung. Schokolade nehmen können. Nur so eine Idee. Aber... Jo, nee. Es wird schon wieder zu bunt. Hört auf, das zu bunt zu machen. Okay? Ein bisschen bunt ist okay. Natürlich ist bunt wie von der Erdbeere da. Meinetwegen. Aber dieses komische Pastellbunt. Oder Knallbunt. Das! Was ist denn das? Nein! Kann mir keiner erzählen. Aber wirklich keiner kann mir erzählen, dass er findet, das sieht lecker aus. Das wird jetzt ein Milchshake. Und ich sage euch, das wird matschbraun. Guckt mal. Also, ich halte jetzt mal hier an. So. Jetzt sagt mir bitte, dass dieser Klumpen mit Eis, ja? Also, das Eis sieht aus wie Knete von der Farbe, okay? Das ist das Eis, was ich als Kind mit Play-Doh geformt habe. Und diese Klumpen da drüber aus zusammengeschweißtem Captain Crunch. Es tut mir leid. Aber wer denkt sich denn, das nehme ich? Nö. Okay, das ist... Das ist tatsächlich... Ich glaube, das ist die erste Sache, von der ich sage, die ist wirklich ordentlich satisfying. Weil bis jetzt bin ich eher wütend geworden, okay? Bis jetzt bin ich noch nicht so ordentlich satisfied. Bis jetzt bin ich eher wütend. Auf buntes Essen. Das sieht schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Okay, weißt du was? Das ist zwar bunt, aber da... Das nehme ich. Weil das halt auch viel Eis ist. Das ist eigentlich Wasser. Und das nimmt dann auch die Farben natürlicher an. Und das sind auch nicht so krass konzentrierte Farben, meiner Meinung nach. Es sind schon ziemlich krass konzentrierte Farben. So langsam ist auch wieder gut. Nee, das ist mir zum Beispiel zu viel. Was bist du? Ein... Ganz eindeutig. Ein... Ähm... Gebäck. Keine Ahnung. Und das ist eine Creme. Aus vielleicht Eis. Vielleicht auch etwas anderem. Und jetzt machen wir darüber diese pistazienfarbene Pumpe. Und jetzt machen wir natürliche Krümel drüber. Aus Amaretto-Keksen, wie mein kennerhaftes Auge hier entdeckt hat. Da, zack, da ist noch so ein Amaretto-Keks, weil ich es direkt gesehen habe. Und das ist okay. Ich würde es jetzt zwar nicht unbedingt essen wollen, aber das ist okay. Da bin ich nicht wütend. Okay? Das kann ich tolerieren. Da kann ich respektieren, dass es Leute gibt, die sagen, Ich würde mir gerne das Ding da bestellen. Was auch immer das sein soll. Okay, weißt du was? Danke. Wer auch immer das Video geschnitten hat, danke, dass ihr das Schokoladen-Swirlie dazwischen geschnitten habt. Das brauchte ich, um mich zu beruhigen. Okay, ich sehe dahinter schon das Nutella im Hintergrund. Das ist übrigens in einem 3-Kilo-Eimer. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Aber meine Mutter hat mal einen von denen. Okay, aber wisst ihr, wie das jetzt besser wäre? Anstatt der Sahne hätte man einfach mehr Nutella drauf machen können. Nutella auf dem Brötchen ist doch Quatsch. Dann machst du dir nur die Finger wieder dreckig. Stopp. Okay, stopp. Pro-Tipp. Ihr nehmt das gleiche Brötchen. Ihr macht es auf. Ihr macht Nutella richtig, richtig dick drauf. Klappt das Brötchen wieder zu. Oder ihr lasst das Brötchen aufklappt. Macht die andere Seite auch noch mit Nutella zu. Und es ist tausendmal besser als dieser Klumpen, wo eure Finger danach voll mit Nutella sind. Aber ihr im Endeffekt nur ein Sahnebrötchen habt. Was ist das? Das Problem ist halt oft, dass ich die Sache nicht identifizieren kann. Helvaci. Es sieht lecker aus. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich würde es essen. Ich würde es essen. Das sieht lecker aus. Okay, weißt du was? Nein. Ich bin nicht mad. Ich bin nicht mad. Das sieht wirklich gut aus. Das wiederum wird Eis. Das erkennt mein kennerhaftes Auge direkt. Das wird Eis. Bei Erdbeereis. Oh, guck mal, wir machen sogar frische Erdbeeren rein. Oder ist das nur Erdbeersaft? Ne, wir machen frische Erdbeeren rein. Das finde ich okay. Es muss ein anstrengender Job sein, wenn das so. Das ist, was du den ganzen Tag machst. Du mischst einfach Eiscreme mit deinen Erdbeeren. Und du bist so okay. Wie viel denn noch? Oh, schon wieder Eiscreme mit Erdbeeren. Eiscreme mit Erdbeeren. Eiscreme mit Erdbeeren. Das ist so dein einziges Ding. Du bist so der Eiscreme mit Erdbeermann. Naja, gut. Das war es jedenfalls mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne diesen Kanal. Wir haben ja zurzeit echt viele neue Abonnenten hinzugewonnen. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich poste viermal die Woche. Ich versuche es an den gleichen Tagen zu halten, aber meistens klappt das nicht. Deswegen hilft euch das Abo tatsächlich sehr. Okay. Meine Katze sagt Tschüss. Okay, tschüss von meiner Katze, die fliehen will. Sorry Katze, ich hab dich lieb. Bis, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.